Ja, grüß euch. Da gibt es wieder einen Live-Bericht. Wir sind derzeit noch immer in Lugger an der Hafenmauer und wie schon versprochen gibt es hier heute eine Nachtfahrt. Das heißt, wir werden heute von Lugger nach Biograd fahren. Ich kann das ganz kurz herzeigen auf der Karte. Da wird nämlich schon fleißig geplant, wie diese Nachtfahrt ablaufen wird. Wir sind derzeit befinden wir uns in Lugger. Lugger ist hier. Und da fahren wir dann hinunter in die Hafenstadt Salik, befindet sich hier am unteren Ende vom Tugii Outlook. Und dann werden wir da quer hinüber, den Sredini-Kanal hinunterfahren und unten bei Barschmann vorbei, hier durch den Barschmann-Seekanal wieder nach oben in die Marina Biograd. Ja, und damit wir auch genug zum Essen haben, wird auf der anderen Seite in der Kompüsi auch fleißig gekocht. Jetzt werden wir uns auch gleich anschauen. Unser Stuntman, der kann nämlich auch gut kochen. Und was gibt es so feines heute? Spaghetti. Spaghetti wieder einmal, jawohl. Aber man sieht da feine Zutaten. Eine Menge Knoblauch und Chili und frische Gewürze und so weiter, wie ich das eh höre. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tja!